Ajarasana, die Stellung der Unvergänglichkeit, die Stellung der ewigen Jugend, ist ein Asana, welches auch als Omkarasana und Pranavasana bezeichnet wird. Von der Sitzhaltung ausgehend gibt den linken Fuß auf die rechte Hüftbeuge, bringe dann den rechten Unterschenkel hinter die Schulter und bringe so den Fuß hinter den Kopf. Dann bringe beide Hände auf den Boden und mache den Rücken so gerade, wie du kannst. Das ist Ajarasana, die Stellung der Jugend und die Stellung der Unendlichkeit.